So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Let's Play Beam-It-Drive. Ich habe leider vergessen bei der Folge, ja, den Ton. Ich habe leider den Ton vergessen, tut mir leid, kann ich jetzt nichts mehr im Nachhinein dagegen machen. Ich habe auch keine Zeit, um eine neue Folge aufzunehmen. Deshalb muss ich jetzt leider die dafür einhalten. Aber was ich euch noch kurz sagen wollte, erstens ihr könnt abstimmen für morgen, welchen Wagen wir nehmen, entweder den Auriga Heron oder den Deer Sibora. Schreibt es mir in die Kommentare. Und was ich sagen wollte, ja, morgen um 18 Uhr, also Freitag um 18 Uhr, streamen wir natürlich wieder. Aber wir streamen dieses Mal GTA V. Und wenn ihr, da könnt ihr sogar dieses Mal mitmachen, wir haben nämlich ein kleines Tuning-Treff. Also da kann jeder mit einem Wagen kommen, am besten in seinen coolsten Wagen. Und dann gucken wir so ein bisschen rum und cruisen einfach ein bisschen, machen ein bisschen Scheiße. Und ja, wenn ihr dann mitmachen wollt und sozusagen mit mir bei diesem Car Meet mitmachen wollt, einfach in der Beschreibung auf den Link zur GTA V Crew bzw. zum Social Club. zur Social Club Gruppe klicken, so, da beitreten. Und morgen kommt dann im Laufe des Tages vor 18 Uhr ein kleines Infovideo. Da kriegt ihr dann den Rest, wie es alles abläuft mit TS und so weiter. Also einfach der Gruppe beitreten und dann morgen das Infovideo gucken. Und ja, dann könnt ihr mitmachen. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hitsch. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020